Für alle, die ein bisschen zeitgemäßer wählen wollen und etwas schneller wählen wollen, anstatt am Sonntag ins Wahllokal zu daggeln, möchte ich ganz kurz zeigen, dass es auch möglich ist, eine Briefwahl zu machen und das auch online. Dazu nehmt ihr einfach eure Wahlbenachrichtigung und da ist irgendwo so ein QR-Code drauf. Und diesen QR-Code, den scannt ihr einfach mit dem Handy ab. Und nachdem ihr das gemacht habt, kommt ihr auf eine Webseite. Die Webseite zeige ich euch kurz, wie die aussieht. Die wird immer ein bisschen anders aussehen, je nachdem, wo du wählen gehst. Bei mir ist das hier die Stadt Taurau. Und dann hast du es abgescannt und dann ist es jetzt beantragen oder Termin herunterladen. Du willst halt wählen, also gehst du jetzt beantragen. Und dann steht Hinweise mehrfach bla bla bla. Weiter. Also es geht um die Bundestagswahl. So, jetzt musst du hier noch ein Captcha lösen. Das lösen wir kurz. Dann gehen wir weiter. So, und dann trägst du deine ganzen Sachen ein. Das heißt Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Postleitzahl, Hausnummer, bla bla bla, Wahlbezirk, die Nummer im Wählerkreis, all das. Im Endeffekt steht alles in dem Brief drin, was du hier bekommen hast. Das gibst du ein und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. So, dann habe ich meine Daten sozusagen eingegeben und dann kommt der Wahlschein, Bundestagswahl soll an meine angegebene Wohnanschrift geschickt werden, abgeholt. Oder anderer Unsinn, einfach, du bekommst dann den Brief für die Briefwahl. Klickst auf Weiter, dann sieht man die Zusammenfassung. Also kannst du nochmal deine ganzen Daten abchecken, dein Wahlbezirk, dein Wählverzeichnis, bla bla bla. Versandanschrift und ja, dann ich willige ein, dass meine Daten benutzt werden können, bla bla, absenden. Und das war es schon. Das heißt, jetzt bekommst du den Brief zugeschickt und du kannst, wenn du den bekommen hast, dein Wahlkreuz setzen und den dann, und der ist schon frankiert, auch kostenlos, irgendwo in den Briefkasten reinstecken und dann hast du gewählt. Und das war alles. Das heißt, einmal abscannen, das ausfüllen, wenn du den Brief bekommen hast, einfach dein Kreuz setzen, wie du willst und reinstecken. Null Kosten, viel schneller, spart dir Zeit und ja, ganz wichtig, dass ihr wählen geht, finde ich persönlich aus meiner Überzeugung, gerade wenn ihr bestimmte Parteien nicht wählen wollt, dass ihr irgendeiner anderen Partei die Stimme gibt, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt. Und mir geht es ähnlich. Ich weiß auch noch gar nicht, wen ich wähle. Ich weiß aber, wen ich nicht wählen möchte und wen ich nicht eine Stimme geben möchte. Und deswegen wähle ich andere Parteien. Genau, das nur mal ein ganz kurzer, ganz kurzes Video für alle diejenigen, die das mit der Briefwahl und denken, ah, sie müssen dann hingehen. Und das ist ganz einfach. So könnt ihr es machen. Alles klar. Wenn es euch das Video gefallen hat, trotzdem Däumchen, wenn es mal so ein kurzes Video zwischendurch ist, Däumchen nach oben. Und ja, wir sehen uns beim nächsten regulären Video.